Und er hier, er hat mir ein Gehirn geschenkt. Hier sind zwei Gehirnen drin. Seht ihr das? Ich werde jetzt diese Gehirnen fräßen, weil ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach neuen Gehirnzellen. Ey, Bro, du wirst jetzt die Gesichter der Menschen filmen dabei. Manche so, manche so, manche so, manche so. Ich habe Angst, das ist das Wichtigste eigentlich. Holzbalken! Holzbalken! Noch mehr Holzbalken! Holzbalken! Ich bin ein Kieselsteinkopf, weil mein Gehirn genauso klein wie so ein Kieselstein ist.